Ich kann mit einem醫生 sprechen und ich will eine direkte Frage, ich will mich auf die Frage stellen, wo ich arbeite. Hallo Alexander. Hallo. Wir arbeiten jetzt vier Wochen zusammen. Wir arbeiten jetzt vier Wochen zusammen. Du verstehst mich auch komplett auf Deutsch, richtig? Ja. Und ich würde gerne mal wissen, wie hast du dich vor den vier Wochen meines Coaches gefühlt? Ja, Deutsch war nicht leicht, es war sehr schwierig zu sprechen, ich hatte immer Angst. Was machst du denn genau vom Beruf? Ich arbeite als Systemanalytikerin mit einer Bank. Awesome. Das ist mir gut und ich hatte eine Menge Arbeit in der Universität. So, Alexander hier. Hello guys. Just wanted to say thank you. It has been an amazing year. It was fantastic. I am so, so, so thankful and grateful for all my clients. All the challenges they needed to go through. So, I am so happy that they finally got where they want to be. To be able to speak in a level that they might never dreamed of. And finally, finally crushing it with all the goal. Yeah, with all my passion. With all my passion. With all my passion. With all my effort. I wanted to give all what I have. And I know the next year will be even better. I already planned a new program. Better. More structure. More accountability. It will be even more amazing. I will even change way more lives the next year. Can't wait to finally make that happen. And yeah, I am truly, truly grateful. Can't wait to serve even more people. Amazing results. Helping people strive to stand out from the competition. And attract better work opportunities. In Germany, Switzerland or Austria. Or simply and only helping people all over the world. From Dubai. From Los Angeles. From India. From Europe. Asia. No matter where I live. I am so truly grateful for this. And I'll give all my best to work consistently on each success. Wanted to say thank you to all of you guys who are watching my content. Stay safe and take care.